willkommen zu einer frisch gepressten ausgabe von frequent traveler tv heute aus dem neuen studio location zumindest mit umbau sind nicht weiter gekommen aber der stuhl ist zumindest da ricardo ist wieder voll am start und weil wir die frisch gepresste folge haben haben wir für euch natürlich die themen themen sind kam er wieder in der first class bei swiss die swiss slots die irgendwann mal abgegeben werden sollten sind wie sauerbier keiner will sie haben wir haben des weiteren ein thema eine dame hat es in usa geschafft an bord zu kommen in europa hatten wir das ja auch aber ohne boarding pass ohne id kontrolle die ja in usa stattfindet bevor man überhaupt zur sicherheitskontrolle geht und wir haben als thema das thema airbus die wollen 75 wirklich als taktzahl haben die wollen wirklich 800 flugzeuge dieses jahr ausliefern sie wollen sogar eine handvoll lrs ausliefern xlrs ausliefern schuldigung sogar von den großen und jetzt festhalten flugzeug leasing wird teurer weil die flugzeuge nicht so schnell kommen und discover piloten wollen streiken und maden zwingen ein flieger zur umkehr also wir haben wieder ein potpourri an folgt ihr merkt dass wir uns jetzt mehr in den sendungen abends darauf konzentrieren was so in der aviation los war wir haben ein neues format für mehr meilen mehr punkte mehr status das ist unser meilen mittwoch den wir auch an donnerstag oder am freitag zeigen mal gucken je nachdem wie viele meilen news es gibt wird es dieses zusätzlich geben genauso wie es die sendung mit mario zusätzlich geben wird genauso wie es die sendung mit freddy zusätzlich geben wird heißt also da werden wir viel für euch tun und wenn ihr kanalmitglieder werdet den kanal abonniert habt aber auch eine glocke angemacht habt und alles werde ich auch informiert wenn neue folgen kommen und als kanalmitglieder könnt ihr diese folgen auch schauen ja ganz genau heißt also ihr könnt diese folge dann vorschauen bevor die anderen es sehen damit habt ihr immer einen vorteil wir müssen mal gucken wie sich das ganze einpendeln die abendliche sendung könnte als kanalmitglieder direkt nach der aufzeichnung und dem hochladen sehen ansonsten 19 uhr aber wenn es solche sondersendungen sind wie mit freddy oder mit mario oder dann aber auch die meinen highlights oder aber auch die meinen highlights gibt es auch die gibt es für kanalmitglieder auch vorher natürlich logisch und vor allem die sendung meilen mittwoch die gibt es auch ja früher also kanalmitgliedschaft ab business class empfehle ich euch lasst uns das erste thema einsteigen und das ist airbus airbus möchte die flugzeuge herstellen die die leute haben wollen denn der a3 20 neo braucht eine tagrate von 75 sagt airbus damit meine bestellung ein bisschen herr wird also ein luxusproblem und inzwischen mehr als 50 prozent programmanteil hat der a3 20 neo damit muss man natürlich dann sagen hey cool und mit einer messlatte für 20 24 von 800 flugzeugen das ist schon krass als auslieferung das sind 65 mehr als letztes jahr und davon sind alleine 317 a3 21 neo von den 571 flugzeugen die letztes jahr ausgeliefert worden sind airbus hat noch ein weltweites logistik und produktions netzwerk netzwerk was man gemacht hat man produziert ja wo die 380er zum beispiel produziert worden sind auch in china und was man auch interessanterweise sagen muss ist hamburg finkenwerder ist der größte standort für den a3 20 also da wird in deutschland immer noch am meisten gebaut und lieferketten probleme kann es dadurch geben weil die hut ja immer wieder schiffe angreifen ist es halt so dass man im augenblick da wirklich den fokus darauf hat um den ramp up wie das so schön im englischen heißt dorthin zu bekommen heißt also dass dadurch dass die roten meer die lieferung von den hutis ja angegriffen werden das ganze container transport beeinflusst ist das heißt also wenn man da nicht mehr durch kann ist es so dass man um afrika herumfahren muss wenn man nach china fahren will und dass ich weiß gar nicht wie viel zeit das meer ist aber das hat natürlich implikationen also wenn man einmal um afrika rum muss ist halt nicht so geil wie wenn man einmal dadurch rote meer fährt so er könnte was dazu schreiben ob er das geil findet oder nicht ich persönlich finde das cool ich finde vor allem cool dass airbus die produktion hochfahren kann ohne dass man da auf qualitätsprobleme stößt dass da halt wirklich auch alles anscheinend obwohl man mit spirit zusammenarbeitet keine probleme hat zumindest nicht so dass wir davon hören oder ein problem was fluggesellschaften haben sind flugzeuge ein anderes problem sind piloten piloten werden wir gleich darauf eingehen wenn man sich das aber anschaut ist es so dass in usa das problem mit dem piloten ist dass es dort zu wenig piloten gibt und damit die preise für die piloten aufsteigen ein pilotengehalt in den usa da kann man mal wirklich krass sagen sind irgendwo bei 590.000 dolores das ist ein krasser tobak na aber die flugzeuge brauchst du auch zu fliegen gibt es aber im moment nicht das heißt also man hat probleme flugzeuge zu kommen deshalb fliegt der lufthansa noch mit 380 obwohl er nicht ganz so effizient ist wie man es gerne hätte auch ist es weiter so dass man natürlich wenn man sich das ganze anguckt nach corona die flugzeuge jetzt wie vom markt gesaugt werden weil die neuen gar nicht nachkommen airbus kann nicht so viel produzieren wie sie verkaufen können boeing kann nicht so viel liefern wie sie eigentlich liefern müssten obwohl sie halt qualitätsprobleme haben und wenn man sich das ganze weiter anguckt ist dann nur noch der leasing markt da und flugzeuge die im leasing markt sind nehmen halt wirklich sehr sehr stark zu deshalb nimmt man jetzt zum beispiel wetleys british airways hat ja wetleys bis märz mit finnair man will da anscheinend weitermachen selbst kyle m will mit finnair litwies machen wetleys machen das hört man so in der rumor mill und wenn man jetzt ein flugzeug gefunden hat und dass man leasen möchte dann sind das 381.000 dollar pro monat für ein airbus a3 21 neo und das ist natürlich ein riesen tobak wenn man sich die leasing rate anguckt und ich sag euch mal die die rate zum beispiel von einem 320er 200 da ist die rate in 2020 220.000 gewesen wenn man dann in 2023 guckt für zehnjährige flugzeuge zehn jahre wir reden über alte flugzeuge da sind man bei 177.000 und das sind krasse zahlen dann 260.000 dass das ist selbst so eine kleine caj oder eine dash 8 99.000 das ist viel viel geld und wenn wir auf die 330 er sogar gehen die kosten 22 kosten 20 prozent mehr das heißt also wenn man 2023 da ein 330 er nehmen musste dann sind die jetzt bei 300.000 dollar zehn jahre altes flugzeug und da gibt es halt wirklich auch kein ende in sicht weil natürlich immer noch probleme mit triebwerken sind immer noch natürlich probleme sind dass man ja 400 neos können nicht fliegen wegen den triebwerken und dass man auch nicht liefern kann und noch stärker ist der anstieg halt wirklich bei den langstrecken maschinen dass man wenn man sich das mal anguckt 300.000 da sieht man mal wie viel geld da gebraucht wird oder wenn man eine 350 haben wollte dann ist man jetzt bei einer millionen dollar in drei fünfziger eine millionen dollar pro monat 11 prozent und selbst eine atr 72 fünf prozent gestiegen also da ist viel in not und deshalb wird fliegen teurer aber warum fliegen auch teurer wird das sind die piloten und discover piloten wollen wieder streiken und zwar ist es so dass man am samstag den streik beginnen soll das ende ist dann für montag um 23 59 vorgesehen also das heißt bis dienstag wenn man ganz genau ist ziel ist es weiter einen zeitnahen fairen abschluss für die vergütung und mantel tarif bezahlt zu bekommen das sagte die vereinigung cockpit und die piloten haben bereits einen fünf stündigen waren stark zwei reguläre streik veranstaltungen gehabt dann wäre das jetzt noch die nächste veranstaltung auch von der zeitdauer her relativ lang und da muss man halt wirklich gucken was da passiert eine betriebe geil ist auch der begriff künftige spreche über heilsstreiterinnen würden zum kollektiven betteln finde ich auch eine geile aussage und wenn man überhaupt guckt ist es so dass es natürlich dann auch wieder nicht klappt mit den flügen ihr habt ja gehört beim letzten mal als discover dann fliegen wollte es hat nicht geklappt weil die natürlich da gar nicht so viel beredern konnten von der lufthansa oder dann einspringen konnten schade ist halt wirklich dass jetzt drei tage sind wenn ich richtig gerechnet habe nur samstag sonntag montag drei tage ist natürlich auch für leute die urlaub haben gerade mega doof weil das natürlich wochenende ist wenn man zurückkommt oder abfliegt kann ich also absolut verstehen dass man da jetzt halt zickig ist wenn man auf dem flug ist interessant ist übrigens auch dass die vereinigung cockpit tarifkommission die kollegen auch vor der lufthansa konzern sozialpartnerschaft gewarnt haben das heißt also mit festgelegten eskalationsstufen mit verpflichtender meditation der mediation für die tatsache auch geil zwangsschlichtung und begrenzung möglicher forderungen werde allein die einschränkung des bestehenden streikrechts angestrebt das heißt da ist lufthansa auch jetzt bedingt und sagt wir wollen das ganze eindämmen aber streikrecht ist nun mal ein natürliches recht auch wenn es uns nervt mich persönlich nervt es auch aber so ist das nun mal ihr könnt ja dazu schreiben was ihr davon haltet und wir dazu steht wir haben jetzt das thema swiss und zwar ist das auch etwas was steht denn die slots sind da denn kein wettbewerber will diese slots als 2005 die eu-kommission der lufthansa erlaubt hat die swiss zu übernehmen mussten sie slots am partner abgeben wir erinnern uns die slots frankfurt münchen die sie abgeben sollten während der corona zeit bzw für corona hilfen ist ja auch nie passiert weil sich keiner dafür interessiert hat lufthansa ist wohl clever und gibt dann immer irgendwelche slots wo sie sagen nee nee das ist nicht für uns da wollen wir nicht in wettbewerb aber es ist auf jeden fall so dass diese slot geschichten natürlich einen ein klassiker sind die gehören jetzt zum geschäft dazu bei der ita sind slot geschichten im gespräch bei der korean asiana übernahme sind slots für fracht und sogar hilfe beim neuen frachtgeschäft aufbauen für t-way glaube ich hießen sie das ist das hartes brot und es ist halt so dass man dann die slot auflagen akzeptiert hat und jetzt kommt das zitat diese verpflichtung haben wir haben weiter gültigkeit sagt ein treuhänder der sich um diese geschichte kümmert also das heißt ich sollte nicht weg seit 2005 ich meine das liegt ja dann wie sauerbier da will keiner haben warum konkret ist es so dass man natürlich die slots für zürich strecken nach boston chicago los engels johannesburg bangkok cairo hamburg hannover warschau budapest zugreifen kann will aber keiner haben und das geile an der geschichte ist es sind ja nicht nur die slots die von von zürich aus dahin gehen sondern auch die ankunft slot sind inkludiert das heißt also im prinzip wenn man flugzeuge hat kann man das sofort fliegen und wenn also ein wettbewerber die haben möchte dann muss lufthansa die freigeben macht aber keiner warum einfach nur hier noch mal schauen dass man dort ja einfach mal die augen auffällt und sagt wenn eine fluggesellschaft gründen will kann von zürich aus das fliegen aber zürich ist natürlich hochpreis was auch hochpreis ist ist wenn man auf einem flug ist und man kriegt ein entertainment system was einem maden bringt ihr habt richtig gehört maden und zwar ist es so auf amsterdam wo war das amsterdam nach detroit ist es so dass man über england quasi eine stunde flugzeit maden aus dem gepäckfach hat fallen sehen bekommen und wie auch immer und das ist auf passagiere gefallen das ist also unglaublich die tiere kam demnach mit einer aus einer tasche in dem war verfaulter fisch ich meine das muss doch stinken wie otze wie kann denn sowas durch die sicherheitskontrolle kommen also da muss man doch die 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 frage stellen freunde maden bei der sicherheitskontrolle also das verstehe ich gar nicht wie das nicht auffällt und der zoll ist doch sonst auch immer ganz schnell bei allem dabei die haben doch auch hunde die sowas schnüffeln wie gesagt verrotteter fisch auf dem weg nach detroit spätestens in detroit wäre das wahrscheinlich das auge gegangen wenn der zoll in usa geguckt hätte man musste halt mit der delta dann wieder umdrehen nach einer stunde ich fände es ehrlicherweise auch ekelhaft das flugzeug ist dann 24 stunden gereinigt worden und dann wieder auf dem weg gebracht worden und die tasche ist dann quasi verbrannt worden ist ja dann ja biologisch kontaminiert wenn man ehrlich ist und ich bin auch froh dass da einfach feuer gemacht hat und ja krasse nummer krasse krasse nummer also muss man ehrlicherweise sagen was auch eine krasse nummer ist ist die geschichte dass eine passagierin die ist in den usa und festhalten nashville durch die id-kontrolle gegangen ich weiß nicht wann hier das letzte mal in usa war da ist es ja so wie man durch die sicherheitskontrolle will muss man seine id zeigen in usa ist ja auch dieses thema real id am start ich selber ich habe meine real id in kalifornien liegen ich muss die noch abholen damit kann man fliegen aber muss sich halt ausweisen die dame ist dann wohl durch diese sicherheitskontrolle unter diesen ihr kennt ja die gesteckten bänder durchgegangen und ist dann reingekommen ohne dass man ihre id und die bordkarte kontrolliert hat ich frage mich persönlich wie kann das passieren die gucken doch man hat das dann im nachhinein in der kamera festgestellt durch die sicherheitskontrolle selber also durch diesen ganzen screening prozess ist sie gegangen ohne auffälligkeiten das heißt also die tasche war unauffällig also sie ist kontrolliert worden alles easy peasy kein problem dann aber wie ist sie dann an bord gekommen und dann ist sie auch sogar nach la geflogen und da muss man dann ehrlicherweise sagen wie kann man bei american airlines so am schlafen sein ich meine gate agent muss darauf aufpassen die tsa muss aufpassen dass die leute damit reinkommen aber die tsa ist nicht dafür zuständig oder behörden dass man dort dann nicht das flugzeug kommt aber in amerika ist die kontrolle eigentlich so stark da wird ja auch knallhart du bist gruppe 1 du stehst hier bei gruppe 0 oder wie auch immer du bist gruppe 5 weg hier verstehe ich nicht in los angeles habe ich ja gesichtskontrolle das heißt also ich habe meine hackfresse aber das ist wahrscheinlich nur bei flügen international und an gewissen flughäfen aber nichtsdestotrotz die dame ist an bord gekommen ist dann in die usa geflogen interessanterweise ist es so dass man sagen kann aufpassen freunde gepflegten gastlichkeit ich weiß jetzt nicht ob das so ein sicherheitsproblem als solches darstellt oder nicht weil die dame ist ja kontrolliert worden wir müssen ja mal zurückdenken an die 90er jahre da ist es ja so gewesen in den 90er jahren da konntest du ja im am gate die leute abholen ich kenne auch zeiten da bist du zum geld getippelt in usa da war gar keiner oder wenn ich leute abgeholt habe ich bin da hingelaufen zum finger ich bin reingegangen erstheit unglaublich geile zeiten leider leider nicht mehr aber hey so ist das da muss man halt wirklich gucken genau london heathrow war der security breach beim letzten mal das war ja in europa das hatte mir auch jemand geschickt ich hatte dann leider vertütelt mehr kulper ihr könnt immer was schicken und fragen stellen ich bin mal gespannt was da noch passiert aber aus dem sicherheitsaspekt selber ist nicht wirklich was passiert weil die damen ja kontrolliert worden ist auch hier könnt ihr jetzt die frage des tages beantworten erster teil der frage ist natürlich macht die sicherheitskontrolle sinn das können wir nach uns stellen eine id zu kontrollieren boarding pass wenn anscheinend trotzdem jeder durchlatschen kann dann die andere geschichte ist die frage wie kann man bei einem boarding ohne boarding pass durch gehen da gibt es auch diese drehkreuze und diese schranke und was auch immer da gibt dass man das nicht kann und da sind ja leute die gucken also da könnt ihr mal schreiben was ihr davon haltet kanal in frage und kanal mitglied werden wir haben jetzt noch zwei drei themen drei themen drei 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 themen auf der eu und wir haben schon 17 18 ihr merkt heute kriegt ihr das volle programm fürs volle geld und zwar ist das mit flight radar die sind gehackt worden flight radar hat beim ja wenn man das sich anschaut anscheinend unschöne situationen gehabt und zwar hat man bei flight radar jetzt warte ich gerade da ist es auf das bild hier ist es er kommt da seht ihr das da ist der lufthansa flug frankfurt tel aviv diverted nach beirut und wenn man sich das ganze anguckt sieht das auf dem ersten moment für das unbeschulte auge natürlich normal aus aber dadurch dass das gehackt worden ist also kein fehler fehler von 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 flight radar im klassischen sinne oder sonst was weil wo man ja zum beispiel manchmal den fehler hat dass da der flug nicht drin ist hier ist es aber trotzdem so dass man sieht dass es bei dem flugzeug zum beispiel bei dem flug verlaufen problem gibt und zwar ist es so dass dieser flug verlauf diese ecke drin hat das ist etwas was man eher nicht so fliegt dann die nächste sache ist virtuelle ankunft keine zwischenangaben heißt also bei der höhe und so weiter dann wird das flugzeug ja auch irgendwie über den flughafen angezeigt und was auch spannend ist es gibt keinen rückflug die positionen sind halt gefälscht und die libanesische tageszeitung hatte schon im januar gesagt ja dass dort hacker unterwegs sind und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen dass dort große ich mache mal das bild wieder weg warte wo haben wir es denn wo haben wir es denn wo haben wir es denn dass es dort spoofing gibt das heißt also dass dort das gps signal gejammt wird oder aber auch beim spoofing das ist sogar schlimmere eine falsche position angezeigt wird das flugzeug also laut anzeige im cockpit woanders ist als es wirklich ist und das wird auch beim briefing natürlich gesagt und wir haben das problem ja auch zum beispiel bei der russischen grenze oder aber auch im ukraine nahbereich polnische grenze ukraine und so weiter egal wo man herkommt dass dieses spoofing ist da ist es jetzt auch flytrader passiert dass dort gehackt wird und es gibt da natürlich auch einige fälle wo solche fehler passiert sind und da muss man halt wirklich gucken dass das nicht passiert es gab ja auch mal ein flug glaube ich fack putin oder sowas als rufzeichen war und das waren franzose das manipuliert hat flytrader sucht natürlich nach möglichkeiten das ganze zu beenden dass dort nicht mehr das passiert wird oder passieren kann also insofern nur damit ihr es wisst lufthansa war nicht in beruht und auch die anderen flüge waren nicht dort zu oft auf der pipi box und zwar haben wir hier das problem bei der pipi box dass eine dame vor dem abflug auf die toilette gegangen ist und damit aufgefallen ist das ist in der bild zeitung geschrieben worden aber das nichtsdestotrotz ist die joanna chu der das passiert ist auf klo gewesen weil sie magen darm probleme hat ist dann ich glaube auf twitter da wo hatte sie das gepostet genau wo sie dann geschrieben hat sie war auf toilette gegangen darauf ist dass der kuh aufgefallen und die kuh hat gesagt nee kommst du nicht mit und sie sagte sie habe medikament genommen war auf dem weg der besserung und der rauswurf für sie ist natürlich ein problem gewesen weil sie dann nicht natürlich nach hause nach vancouver glaube ich war das oder war das wo war es hin ja das war wieder nach kanada zurück mit west jet egal wo es hin war vancouver oder so weiter und da ist es auf jeden fall dass sie dann genau wenn kuh war es dass sie halt diese medikamente genommen hat und damit auf dem weg der besseren war aber das andere problem ist und das ist das was die leute auf twitter geantwortet haben und wir haben ja von freddy gehört die ausgabe müsst ihr euch angucken vielflieger 360 ist das neue format mit freddy ein gespräch zwischen einem kabinen personal menschen und einem vielflieger menschen wo wir die themen und eure fragen beantworten und sie sagte dass ja dass sie dann den leuten rät zu lügen und ich muss euch ganz ehrlich sagen das passiert täglich oft dass leute unwohl sein haben aber das problem ist halt wirklich dass wenn man so sohn 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 magen darm virus hat der ist ansteckend wir erinnern uns ja an den flug von emmeritz der nach amerika gegangen ist wo 100 leute sich angesteckt haben auf einem flug mit magendarm das ist unappetitlich und das ist unschön und es ist einfach unschön wenn man leute damit ansteckt und das finde ich einfach das asoziale dass man halt nicht fliegt ums fliegen willen weil man einfach damit sich selber nicht nur in gefahr bringt sondern auch andere oder gestern auf dem flug zum beispiel bei finner von prag nach nachher sind ja auch eine passagierin die hat die ganze zeit gekotzt ja ja wenn sie schlägt du kannst es ist ärgerlich aber du kannst nicht fliegen ist so ist schade aber nun gut lügen würde ich trotzdem nicht weil es halt wirklich auch ein sicherheitsrisiko ist wenn die kuh halt nicht weiß was mit euch los ist im zweifelsfall das ist jetzt ein flug gewesen der etwas länger war gestern prague war glaube ich unter zwei stunden aber die dame ist ich weiß gar nicht wie lange dauert der flug von mexiko muss wahrscheinlich auch so drei stunden vier stunden gedauert haben aber dass man da dann lügt das ist natürlich nicht gut als letztes thema haben wir wieder ein thema für die connoisseure aus der welt der kulinarik und das seht ihr schon am ersten bild und zwar ist das swiss serviert jetzt wieder auch kavier in der kabine in der first class nämlich und zwar ist es so dass kavier in der first class ja durchaus erwartet wird und ich persönlich bin ja kein fisch esser ich esse ja kein fisch ich trinke auch keinen alkohol und deshalb kann ich damit nichts anfangen aber es ist halt so dass zwischen dem 21 februar und 5 märz swiss die von zürich oder game starten kavier service genießen dürfen es ist ein special heißt also es ist nicht jetzt permanente nur so als hinweis aber nichtsdestotrotz für ein oder anderen passiert ohne kavier nichts in der first class und ist keine first class ihr könnt ja dazu sagen was ihr davon haltet es ist übrigens prunier aussitier superior bei kavierhaus prunier aus frankreich und dann gibt es noch kavier aus china kavia kaviari crystal bei sense of delight und es gibt ein das ist der kavier aus der schwarz das ist der nummer 102 jeun bei oona sagt mir alles nichts aber ihr werdet wissen worum es geht ihr könnt unten ja kommentieren freut euch wenn es kavier bringt ich persönlich weiß gar nicht ist das so dass die tiere sterben aber nun gut ich bin da kein kavier expert also wenn die sterben also ich finde es nicht in ordnung ist genau wie gänse stopfleber ist für mich so ein baba aber ich würde fisch eh nicht essen gänse stopfleber mag ich auch nicht habe ich auch ehrlicherweise nicht probiert ich bin mal gespannt aber ihr wisst ja wenn ihr die ganzen sachen auf blinis serviert haben wollt und dazu natürlich ein wodka zitrone und das ganze spiel ihr habt das bild ja gesehen was es dazu alles gibt dann könnt ihr unten kommentieren ob das für euch wichtig ist nichtsdestotrotz wenn ihr fragen sorgen ängste oder nöte anregungen habt könnt ihr sie auch unten schreiben wir werden demnächst eine sendung machen wo wir eure fragen beantworten ich sammle gerade eure fragen ich habe schon einige fragen von euch gesammelt die werden wir dann explizit besprechen und was ihr auch machen könnt das ist ganz wichtig kanal abonnieren glocke like und natürlich auch immer wieder kommentieren und kanal mitgliedschaft dann seht ihr die sendung auch paar stunden früher also danke dass er dabei war und für euch jetzt den abspann und zwar hier also bis dann bis morgen tschau